Die Kälte ist jetzt bei uns auf dem Vormarsch. Am Freitag erreicht sie allerdings nur den Norden, aber in den Folgetagen flutet sie dann wirklich das ganze Land. Und hier sehen wir die Höchsttemperaturen am Freitag. Da fällt vor allem hier das Blau über Skandinavien auf, also teilweise nur 3 bis 5 Grad Höchsttemperatur. Hier über Deutschland, da sieht man genau diese Luftmassengrenze. Da liegen dann eben Wolken mit etwas Regen und südlich davon noch die deutlich mildere Luft. Aber das ändert sich. Wenn wir uns jetzt diesen Strömungsfilm mit den Luftmassen mal anschauen, sieht man schön, wie zum Sonntag und dann auch am Montag von Osten her diese kalte Luft zu uns kommt. Und damit gehen die Temperaturen deutlich zurück. Aber noch ist es nicht so weit. Am Freitag ist es nur im Norden einigermaßen kühl, mit Temperaturen von 7 bis 10 Grad, im Nordwesten auch noch mal bis 12 und weiter südlich. Da wird es noch mal richtig frühlingshaft. 15 bis örtlich 20 Grad am Oberrhein oder auch in Teilen Oberbayerns. Dazu starten wir im Süden auch mit viel Sonnenschein. Hier und da gibt es ein bisschen Nebel. Und die Wolken sind noch sehr, sehr harmlos. Dann gibt es diesen Streifen mit leichtem Regen. Das ist nicht viel. Und ganz im Norden, da lockert es schon ein bisschen auf. Am Nachmittag, da rutscht dieses Regenband so ein bisschen an den Nordrand der Mittelgebirge, direkt an den Küsten. Da wechseln sich Sonne und Wolken ab. Und in der Südhälfte, da tut sich auch was. Da kommen Schauer und Gewitter von Südwesten und breiten sich dann langsam auch zum Abend hin Richtung Bayern aus. Für die Sonnenstunden bedeutet das, im Norden gibt es so gut wie nix. Aber in der Mitte und im Süden teilweise 6 bis örtlich 10 oder vielleicht sogar in Niederbayern 11 Sonnenstunden. Am Samstag, da kommt dann die Kälte schon ein Stück weiter nach Süden voran mit so einem Regengebiet, was so diagonal über Deutschland liegt. Es gibt nur im Südwesten noch mal bis 13 Grad, sonst verbreitet einstellige Temperaturen. Und zum Sonntag setzt sich zwar großenteils wieder die Sonne durch, aber wir sehen es an den Temperaturen nur entlang des Rheins noch 10, 12 Grad. Ansonsten verbreitet einstellig. Das ist das Bühne auch immer für uns. Untertitelung des ZDF, 2020